Oh mein Gott, die Trophäenliga ist vorbei und das erwartet uns, oh wir kriegen 386 Bling, wir haben aber auch richtig viele Pokale verloren. Boah, wir gucken mal rein, oh mein Gott, guckt euch das mal an, ich bin auf 65.692, ich war davor auf 65.893, also über 200 Pokale verloren. Dafür gibt es ein bisschen Bling, ja, damit könnte ich jetzt shoppen, Leute, lasst mal ein Mitleids-Abo da, ccpuki eintragen im Shop, alle 7 Tage, neu.